Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3240 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich lächle, weil du lächelst. Du bist mir sympathisch. Können wir uns näher kennenlernen? Ich lächle, weil du lächelst. Du bist mir sympathisch. Können wir uns näher kennenlernen? Ich lächle, weil du lächelst. Du bist mir sympathisch. Können wir uns näher kennenlernen? Passen diese Schuhe zu meinem Outfit, oder hast du einen besseren Vorschlag? Passen diese Schuhe zu meinem Outfit, oder hast du einen besseren Vorschlag? Passen diese Schuhe zu meinem Outfit, oder hast du einen besseren Vorschlag? Als wir von dieser Geschichte hörten, haben wir uns gleich gedacht, dass ihr dabei mitmachen möchtet. Als wir von dieser Geschichte hörten, haben wir uns gleich gedacht, dass ihr dabei mitmachen möchtet. Die Hasenohren trage ich auf keinen Fall. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Ich habe ein Geschenk in einem Paket mit einer großen roten Schleife erhalten. Ich habe ein Geschenk in einem Paket mit einer großen roten Schleife erhalten. Vielleicht hilft eine Zitrone bei meiner Erkältung. Hilft es, wenn ich daran rieche? Vielleicht hilft eine Zitrone bei meiner Erkältung. Hilft es, wenn ich daran rieche? Vielleicht hilft eine Zitrone bei meiner Erkältung. Hilft es, wenn ich daran rieche? Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Hat jemand dazu Vorschläge? Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Hat jemand dazu Vorschläge? Ich habe den Führerschein erst seit wenigen Tagen und bin noch sehr unsicher beim Autofahren. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Zuerst sind wir mit Straßenmusik angefangen. Drei Jahre später bekamen wir unseren ersten Plattenvertrag. Ich lasse mir Zeit beim Lesen. Ich habe gerade einen Kuchen gebacken. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Selbstvertrauen und positive Gedanken miteinander verbindet. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Selbstvertrauen und positive Gedanken miteinander verbindet. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es eine besondere Bedeutung für mich hat. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es eine besondere Bedeutung für mich hat. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es mir sehr gefällt und es eine besondere Bedeutung für mich hat. Ich gehe wieder zur Schule und mache meine Hausaufgaben nach dem Mittagessen. Ich bin gleich im Büro, der Kunde muss noch etwas warten. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich mich abends beim Tanzen. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich mich abends beim Tanzen. Ich lege die heißen Steine auf deine Wirbelsäule. Mit meiner Enkelin unternehme ich regelmäßig etwas in der Natur. Du kannst dir gerne meine Wohnung anschauen. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Du kannst dir gerne meine Wohnung anschauen. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Das habe ich total vergessen. Das ist mir so peinlich. Das habe ich total vergessen. Was machen wir jetzt? Das ist mir so peinlich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist mir so peinlich. Besuch bitte. Das ist mir so peinlich. Vielen Dank.